Frank Stabler, zwei-time Weltkampion, geht für den 3. Weltkampf. Wie fühlst du heute? Aber das war das Gefühl für heute. Ich fühlte mich nicht so gut im Frühjahr, aber zumindest habe ich so viele Fehler gemacht. Aber ich hatte ein starkes Willen, meine Familie mit mir, meine Frau ist hier und mein kleines Baby. Und es gab mir so viel Kraft, dass ich durch das Spiel ging. Du hast gedacht, dass du ins Finale gegangen bist, oder? Eine harte Auslosung. Du hast dann gedacht, dass du jetzt auch im Halbfinale gegen Chennai. Ja, das ist die Denkweise, wo ich viel mental gearbeitet habe. Es war wie in Paris, ich habe die härteste Auslosung, wo man überhaupt haben kann, einen Kracher nach dem anderen. Aber ich habe nicht gesagt, oh, shit, sondern es hätte besser sein können. So wie bei Copassi zum Beispiel, so ein Traumlos. Ich habe gesagt, jeden Kampf, den ich jetzt gewinne, bringt mich meinem Traum näher und macht mich noch stärker. Da bin ich rangegangen. Ja, es war ein wirklich schweres Spiel, aber ich denke nicht darüber, wie schwer es ist. Ich denke nur von Kampf zu Kampf. Und jede Verkäufe bringt mich näher zu meinem großen Traum, und bin wieder der Weltkampion. Und das ist so, wie ich denke. Ich denke nicht, es könnte leichter sein. Es könnte leichter sein. Ich denke, von Kampf zu Kampf. Ich habe davor gesagt, ich möchte Weltmeister werden, wenn die Besten der Welt dabei sind und jeder Einzelne in Form seines Lebens ist. Wenn man dann trotzdem gewinnt, dann ist man wirklich der Beste der Welt. Und wenn ich am Ende bin, dann bin ich der Beste der Welt. Und wenn ich am Ende bin, dann bin ich der Beste der Welt. Das war die Geburt meiner Tochter. Es war ein Motivationsshow, was ich noch nie beschrieben habe, was so viel über den Sport hinausgeht. Und deshalb hat die ganzen Verletzungen, die ganzen Hallenverbote, alles wieder wettgemacht. Es war nicht der größte Punkt, aber es war der größte Emotionale Punkt. Das war der Beste meiner Tochter. Alles andere war nicht so wichtig. Aber dieser Moment war für mich so ein Breakthrough und so ein Emotionale Moment in meinem Leben. Und eine große Gemeinde hier oben. Kann man hier über die wichtigste, dass hier Familie und Freunde haben? Wie wichtig es für mich ist? Genau. Es ist alles für mich. Ich habe hier einen privaten Fan-Blog von über 70 Leuten dabei. Meine ganze Familie, meine Frau, meine Tochter, meine Freunde. Das gibt mir eine unglaubliche Motivation, diesen grünen Block zu haben. Und ich habe für mich, für meine Trainer, und hauptsächlich für den Block gekämpft, weil da so viele wichtige Menschen für mich dabei sind. Es ist alles für mich. Mehr als 70 Leute kommen von Deutschland nach Budapest. Es ist wirklich alles für mich. Es ist so eine Kraft, die sie mir gegeben haben. Und sie werden mir auch morgen geben. Und ich bin sehr stolz von allen, die hier mit uns in Budapest. Ich bin schon zweimal im Finale. Was nimmst du mit aus den beiden Erfahrungen aus dem Finals? Für das Finale morgen? Also erstmal erwarte ich morgen die absolute Hölle. Morgen Abend, das Wochenende, Freitagabend, stehen zwei Ungarn. Einer von meinen Gegnern, Baden-Kopasi, mir gegenüber. Ich rechne mit ausverkauften Haus. 8000. Eine unglaubliche Atmosphäre. Alle werden gegen mich sein. Er wird der Favorit morgen sein. Und was Größeres gibt es im Sport gar nicht. Und ich nehme die Erfahrungen von meinen zwei Titeln mit, um den Traum von meinem dritten Titel zu leben. Und ich kann nicht versprechen, dass ich zum dritten Mal schaffe, aber ich kann allen meinen Fans versprechen, dass ich alles, was in mir steht, geben werde für diesen Traum. So, first of all, tomorrow the Arena will be sold out. There will be two Hungarians in the final. And I think everybody, except my fan-court, will against me, will be against me tomorrow. So, it will be really tough, but I think I will enjoy this crowd and this atmosphere. And from my previous finals, I know how it's feeling to be in the final, but I cannot promise to win again tomorrow. But I can promise that I will give everything.